und damit ein herzliches hallo in hintertan nein quatsch in entschrautet allerdings doch in hintertan ich habe auf euch gewartet weiter geht's auf unserer reise hier war noch irgendwo in punkt der quest vervollständigt aber wie gehabt erstmal alles kaputt machen holz mit werden ganz viel holz brauchen und ganz viele bücher ja ich weiß ich habe den bücher macke ich finde den gedanken so schön als deko überall bücher stehen zu haben bücherregal was fehlt nämlich in anderen spielen da hast du zwar regale aber so schön mit bücher reinstellen und so gibt es da nicht wir sind ja sozusagen nur auf kleiner mission meine ist ich werde noch mal ein stück zurück weichen müssen wenn wir hier durch sind mit diesem kleinen sanften örtchen also was habe ich nicht gemacht ich habe unseren teleporter nicht eingepackt wobei den kümmern dann noch später ein dann holen loskommen ist so was meine ich wie die fließen das hätte ich gerne als an als abschluss bzw als anfang für die tür dann auch bauen und das nicht schriftrolle magie zeugs irgendwie nicht ab verstopft nur die taschen können wir nicht magie lang wenn es nun so weit ist so lesen meine letzte reise mein bruder für mich scheint alle hoffnung verloren zu sein die krankenschwester helen sagt mir bliebe nichts anderes übrig als mich auszuruhen nur über meine leiche die menschen aus dem ödland sprechen von den abbauern als wären sie allmächtig erinnerst du dich an die embolisten wo wir als kinder immer gespielt haben ich werde dorthin zurückkehren koste es was es wolle vielleicht gibt es noch eine heilung für mich folge mir nicht du kannst mich nicht aufhalten viertel ja wir haben dich gefunden mein freund wohl in frieden ruhe sanft deine reise ist wende mühsebeet tomaten aber ja selber auch gucken ich glaube nicht dass irgendwas unter dem schutt vergraben ist aber wir können ja trotzdem mal gucken kann es ja schließlich nie wissen da haben wir schon einiges aus dem schutt gegraben sieht aber eher nicht so aus und den schutt auch hier lassen war dann auch da haben wir so viel zu hause jeder auch und er hatte um uns wenn wir so brauchen das ist noch gesehen da haben wir genug da noch mehr kann man genauso machen wenn wir es brauchen was entdecken was mit dem schloss fest und kann man reingehen was man immer die kleine hütte ja blumenbeet leicht erde die mitnehmen kann blumenerde jawohl halt stopp reicht dann nicht immer so tief buddeln ja hör doch mal auf oh prima ob wir die bei uns auch hinpflanzen können das wäre natürlich voll der bruller genau so eine schöne blumenwiese bei uns hätten da kommt ein paar blöckchen noch muss ja nicht groß werden wenn nicht ich weiß ja wo es ist ich habe dann die zweite hacke mit ihr macht mit mir was mit das wird die reise eures lebens aber sehen nicht nur dass niemand genauso durchspielen kann wie ich wenn ich ja so ein verrückter sein wie ich und jeden mist ausgraben so die ist kaputt 48 mal ja reicht für ein paar meter ich weiß ja wo es ist auch das sieht schön aus ich gehe voll irgendwas was wir ausgraben können kann komm mir rein und hier ich gehe mal Feuersteinpfeile ach wer sagt denn ich muss ja gar nicht stehen bleiben das haben wir da unten geht es ja weiter jetzt wollen sie es aber wissen jetzt wollen sie mich hier aber jagen da oben waren wir gewesen was ist hier eine Zuflucht eine kleine Karawanne von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland an eine lange Reise ich war noch nie gut im Umgang mit Fremden aber es war keine Zeit zum Plaudern ich stürzte mich in die Arbeit und verbannte die Wunden ein Kampf um Leben und Tod auch jetzt noch traurigerweise haben wir einige verloren wir haben sie in der unteren Gruft zur Ruhe gelegt mögen die Nordwünde sie ins Jenseits geleiten es gibt einen der trotz all dem überleben könnte eine tiefe Beinwunde aber vielleicht zu schwerwiegend der verwundete Salim lächelt viel er sagt dass er mir sein Leben verdankt reines Glück denke ich okay da nehmen also wir gehen mal gucken hallo ich dann halte falsche Taste na gut gehen wir runter guck mal hier oben hat eine Waffe in der Hand könnte es Ratten oder sowas geben Betten zum Schlafen auf jeden Fall ey was bist du noch hier wasch dich mal ich weiß warum der sich nicht gewaschen hat bei der ersten Berührung vom Schwamm wäre einfach zu Staub zu fallen einer von deiner Sorte hallo ja Bücher da gibst du her Spiel also ich nicht verstehe warum das aufheben der Bücher so ewig dauern muss wenn doch alles andere so schnell geht da ist noch eine Truhe Beide ist doch prima na gut dann lesen wir mal eine neue Saison die Neuankömmlinge verschwenden keine Zeit sie errichten etwas ohne Rast einzulegen ihre Entschlossenheit ist beinahe fanatisch ein Refugium der Flamme soll das sein sagte Salim in manchen Nächten blieb ich in der Nähe der Karawanne Salim besteht darauf am Feuer sprechen sie über ihre Heimat den Sand und den Verfall ich höre so viel Leid ich bin wie eine Narzisse sagte Salim das erste Zeichen des Frühlings er ist einer wenn auch ein niedlicher ok ja da müssen wir vielleicht runter aber ich weiß nicht ob ich da wieder hochkomme gehen wir mal über den einfachen Weg über den einfachen Weg wird nur noch dass ich jetzt behaupte was soll schon passieren oder komm wir nehmen mal so ein bisschen Soße ein bisschen was davon ein bisschen was davon ein bisschen was davon dann gucken wir mal habt ja recht ich gehe mal den normalen Weg ich gehe mal einfach querfett ein ins Gemüse lesen die Kirsche wurde zerstört verdammt der Sturm hat verdammt der Sturm hat letzte Nacht unsere Kirche oder das was davon noch übrig war verwüstet Everett hatte recht wir hätten das Dach mit einigen dieser Blöcke verstärken sollen nun darf ich mir sicherlich eine Standpauke anhören ich muss unbedingt die Löcher im Dach abdichten aber ich kann mich nicht mehr erinnern wo diese Blöcke deponiert habe wo ich diese Blöcke deponiert habe ich dachte ich hätte sie in der Nähe der Kirche gesehen aber ich kann sie nicht finden sind meine alten Augen wirklich so müde neue Blöcke ja mach mal ein bisschen leuchtig oh ich möchte gleich noch viel mehr neue Baublöcke neue Baumöglichkeiten ach das wird ein grenzenloser Spaß das hat ich auch gedacht ok bei denen also vorsichtshalber aspirieren und dann zuhauen ich habe dich doch gehört Ruhe Heilung Tauber Mann, kommst du ja richtig erlaufen ja laufen ich bin auf es könnte ja jemand von hinten kommen die blöden Ratten immer ein Topf Schade Würde des Donners naja wir machen mal das Licht wenn es bei unserem Zauberer dann irgendwann auch so unten aussieht Magier also kein Zauberer Entschuldigung schlag mich nicht dafür vergessen Keller ich bin nicht so bewandert mit solchen abstrusen Persönlichkeiten also ich erkenne Zombies wenn ich welche sehe ja das kann ich sagen Hallo Irgendwer hier außer Ratten oh aber Mischon so wird Zeit muss sein was ist das hier wie ich sie was dickes Schwert naja komm das ist doch da lass es uns gleich zerlegen bevor es Bauhammer komm kann ich mir ganz schnell nachbauen da muss ich jetzt hier nicht extra das mit Salz kann mit weg Metall hebt man auf weil das brauchen wir Würde des Donners zerlegen so so bekommt man auch Platz im Inventar hier Spinnen zarte sanfte Spinnenfüße wo waren wir gewesen wo der Ausgang war muss noch mal kurz hoch ein bisschen frische Luft tanken ist schon in der Nacht ist es denn auszuhalten gab es nicht ein Bett oder sowas hier gab es nur gab es ja ein Bett hier war die komische Truhe dann springt er einfach runter ist er nicht so hoch in einem in einem wo wo ist das Bett ich bin es im Nu oder nie gewesen gab es ja nicht Betten doppelt ach Mensch ich will nicht immer Nacht durchmachen und überbrücken müssen ich schwöre es euch irgendwann mal gibt es bestimmt ein tragbares Bett dann nehme ich das mit das hätte jetzt auch wieder weh getan hier in der Kirche vielleicht gab es ja Betten oh guck mal da hier vor uns lang nö das habe ich mich nicht getraut dann wenigstens ist ihr Licht mit einem Fuß im Grab heute haben wir wieder einen zur Grabe getragen die armen Leute sie sind den ganzen Weg gereist um Schutz zu finden doch hier gibt es nur Ruinen und Schrott diese Kirche wird nicht mehr standhalten das hat Helen schon gesagt der Wind heult und bahnt sich jede Nacht neue Wege in unsere Hallen unser Dach wurde von den Stürmen zerrissen wir sind so sehr damit beschäftigt die Leute der Karawane zu versorgen um es zu flicken trotzdem müssen wir bleiben wir werden hier gebraucht und werden anderswo kaum eine Unterkunft finden diese Vagabunden neben Relikten und Artefakten zu begraben kommt mir falsch vor aber vielleicht hat Helen recht vielleicht müssen die alten Zeiten neuen Bräuchen und Rieten Platz machen weiße gesprochen vielleicht drei von denen hau kannst du hier durchschauen ja ich auch und nun da kommt nur dann verstecken diese Schweige da hinten oder was ich hab doch hier rennende Argumente das vielleicht reicht auszulocken hey guck mal da pass auf nicht wirklich ah was machst denn du ich veräppeln wo klopfst du denn nur hin wo zielt wo zielt denn der nur hin ich verstehe es nicht warum klopft der unbedingt da nach rechts und links hallo hier raus lassen und der Glock geht kaputt testen wir die trauen sich nicht mehr es ist ja wohl gar nichts es ist ja wohl gar nichts und lass mich doch mal raten ich mach die Kiste auf und die kommen alle raus und die Geheimtür bevor ich ja schreiend und heulen wie so ein Baby wegrenne na toll na toll na toll war doch fast zu erwarten manchmal sind Spiele halt einfach doch berechenbar und die Das war's. Exinde. Aber hier sollen ja auch irgendwo noch die Blöcke sein. Gucken. Tagebuch, Nebenquest. Ewiger Zauber nicht. Da nicht, da nicht, da nicht. Das kennen wir ja alles. Versteckte Bausteine. Kirche in Hintertan verbirgt Blöcke. Die für Quest. Da. Hier war jetzt sozusagen nichts weiter. Oh, versteckte Bausteine. FF-Karte anzeigen. Nö. Position erreicht. Also hier irgendwo. Ist natürlich wieder clever. Das wird genau was für mich. Nö. Nö. Okay. Standort unten. Das ist schon mal eine gute Aussage. Wie? Wo geht's denn jetzt hin? Was zum Thema Standort unten? Ah ja, wir nehmen sie trotzdem. Dachziegelblöcke sind immer gut. Was für eine Aussicht. Na los, weiter. Oh. Ah. Na komm. Hier ist das Bett. Na super. Komm, lasst uns weitergehen. Ab ins Miasma. Das ist bestimmt noch irgendwas Tolles. Okay, das ist auch gleich kaputt. So. Was seid ihr denn? Nicht mit mir, meine Freunde. Ich bin da mit der, mit der leuchtenden Klinge. Kommt denn die alle her jetzt? Ich muss doch irgendwo ein Nest sein. Ist du ein Nest? Ich bin da mit der, mit der leuchtenden Klinge. Ich muss doch mal. glibberglitsch alles voller glibberglitsch hier ein paar fliegen munter geworden oder soll es mich nicht in den rücken beißen ich habe euch nichts getan die nächsten ist denn hier nur los wdun keller alo wenigstens eine handvoll pfeile und mit ruhe auch mehr pfeile bessere eiltrank die braucht man nicht steine auch nicht salz hat ich gesagt nämlich ist auch nicht mit die tücher auch nicht der bogen sieben kraft da kommen wir haben ihn erst mal gefunden untertan wichtig ist wo ich ja wie so ein kleinkind schreiend raus stürzen muss mach schneller magi zeug ständig nur magi zeug gibt es auch was von knurr was will das hier sagen ich komme jetzt noch tiefer wenn es dann nicht mehr reicht reicht es dann nicht mehr dann ich wusste nie wo das war ich würde hier raus gehen nur schnell durchatmen da kommt dann let's go gott ich finde es noch nie wieder hier sind wir lang erstmal lang wir waren auch gewesen hier irgendwo rum gekochen waren wir hier ich glaube nicht aber das ist auch nicht so schlimm hier waren wir gewesen sind wir hier lang genau hier rein und geguckt haben uns geärgert hier ging es runter in den keller und hier ging es weiter genau hier ging es in den nächsten keller mein schatz mein die bücher man getraut sich gar nicht so lange irgendwo zu verweilen und sich das anzugucken das könnte ja Jasma ist böse hier 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 Da wäre ein Anker gewesen. Na toll. Den habe ich wiederum nicht gesehen. Was mal trank? Wo kommt denn da auf, dass so ein Anker da in der Luft ist? Hier ist der. Ich frage mich halt, wo willst du uns hinführen? Man ist ja immer im Kreis gerannt. Bestimmt, ne? Da war mal hier, ist alles kaputt. Ich würde sagen, Mission erfüllt, oder? Ja, vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen. Aber wir haben die Blöcke, wir haben haufenweise Truhen. Ich denke, wir haben es. Puh, durchatmen. Ja, ja. Ein russisches Fleckchen auf Erden. Dann kommst du hier an. Aber wo wir hier her sind, haben wir noch gesehen. Hier unten gab es doch auch noch was. Auf dem Farmboden. Ich reiße jetzt nicht die ganzen Erntegehöft. Die ganzen Maiskolben hier raus. Ich glaube, da wir haben meist Wir haben meist Setzlinge. Wir können die sozusagen um. Ah. ist in der zauberstab sollen jetzt alles eingesammelt das 22 hand zwei hand spiele ich sehr ungern da heute mal so weit aus und da rennste immer kilometer durch das kann weg die nehmen wir noch mit vorsichtshalber kannst du knistern 14 los ist geld quasi nicht geplant aber der boden sieht auch schön aus dunkler habt ihr euch hier versteckt ihr plöcke bitte 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 das wäre es jetzt noch schöne holzpläcke guck mal die end so toll aus er hatte ob ich den irrschen bessere tage warum habe ich hier drauf und nicht meine ersatz spitzhacke aber die dort ist kaputt gegangen ok dann lasst uns doch mal bisschen beschleunigen ich hätte mich jetzt tot gehackt ich hätte es lange wiederum geklopft bis alles weich ist wasser brauchen wir genug für unsere pflänzchen bisschen nächsten wolf ich mit mir gibt es ja ja trank besser haben als brauchen haben wir Tomaten ein paar Pilze gut wir sind wieder länger unterwegs als ursprünglich gedacht Puh, ich spinne Ach, Axt gleich kaputt Oop, ich bin ein Püscher schleicht ich nicht von hinten ran ist es all aufgehoben hegel hilft alles zu wirtschaften heimtüro da da hinten Das sind eigentlich nur Loot-Touren, ständig die Taschen voll. Am Ende brauchen wir das Material, aber für einen Moment ist das schon... Hallo? So, zwei Türen gehen hier rein. Sie lesen gleich. Moment. Das war sozusagen ein Taschenbuch. Mit Schnelllesen und so. So, gut. Jetzt haben wir Zeit. Ich habe ihn tief vergraben. Gestern kamen sie wieder in Scharn. Sonnengegerbte Heiden. Sie verrenken ihre Körper jedes Mal, wenn sie vor ihren Göttern, ihren Idolen, den Erbauern knien. Zu viele Mäuler zu stopfen und immer die Hände für Almosen geöffnet. Ich würde sie ja zurück ins Ödland schicken. Mich halten sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäumten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Dort werden sie ihn nie finden. Nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Okay. Test der Fähigkeiten, Geschichte der Fäulnis. Röchtenstein, Handspinn, Jägerin. Okay. Irgendwo unterm Schlamm. Na toll. Ist ja nicht so, dass es hier nicht irgendwie ein bisschen und so groß ist, oder? Bin ich unter dem Schlamm? Hier schon mal nicht. Hinter dem Gehöft. Wir waren doch vor uns irgendwo im Schlamm zu holen. Genau hier. Ach so. Das ist etwa die Kiste. Gut. Hat sich das ja schon gegessen. Ich dachte, ich muss den ganzen Schlamm durchwühlen. Hier warmer. Auf nach oben. Ich weiß nicht, wie viele Bücher wir mittlerweile schon haben müssten. Gefühlt hunderte. unterstrich sind es bestimmt wesentlich weniger, als ich eigentlich gerne hätte. Ste persistence. Also ein Nutzenけれmä. Beideuer. Orangues. Oder? Oder? Orangues. Damit kann ich jetzt eh nicht viel anfangen. Oh, da geht's noch hoch. Tja, Leute, ihr seht. Ich kann tun, was ich will. Wir sind ja wieder nicht dorthin, wo ich eigentlich wollte. Die Salzmiene war eigentlich noch ein Ziel unserer Reise. Ich kann nicht mal mehr Verbände einstecken. Ist das gruselhaftig. Ja, geht's nicht? Hallo? War ab Ort. Oh. Ja. Hatte ich geduscht. Jetzt sind wir dann einmal komplett durch. Das ist ja ein Riesenort. Ich denke mal schon. Und es führt ja nichts mehr hierher oder weg. Oh, ein Exierbrunnen. Ach so, ist uns ja auf der anderen Seite. Hier, Salzmine. Oh Mann, die waren die Taschen voll. Alle Altare sind aktiv. Hochweiten, warte. Rüberspringen? Ich glaube, das klappt noch nicht. Ich glaube, das letzte Zuhause ist hier. Ohne Obelistabbauer. War ja gar nicht so ein weiter Weg. Könntest du den gleich wieder einsammeln? Hier rüber. Mach mal so. Lasst uns nach Hause. Lass mal die Taschen auspacken. Wir waren lang genug auf der Blumenwiese. So, Freunde. Ich würde sagen, ich packe mal die Taschen aus. Das ist ja... Dann bereite ich schon mal alles vor auf die nächste Runde. So Pfeile. Und was alles so an Zeugs anfällt. Wir haben neue Blöcke. Dachschindel. Oh, da haben wir schon zwei verschiedene Dachblöcke. Holzblock, irgendein Spezialblock. Holz und ja... Geteerter Holzblock. Oh ja. Es läppert sich so langsam. So, hier waren wir schon. Was haben wir denn hier noch über? Ne, die zwei behalte ich. Aber das kann mit rüber. Das war voll, ne? So, gut. Das haben wir. Zauberkugeln kommen jetzt hier her. Und der Funkenregen kommt dort. Und die passen nirgendwo mehr hin. Passt nirgendwo mehr hin. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen umräumen. Ich würde die Tränke alle zum Magier runterbringen. Ganze magische Zeug. Zwei Kisten machen. So, was haben wir hier noch? Fleisch. Kommt, das packen wir erstmal hier weg. Ja. Ich sortiere das mal aus. Machen wir so ein paar Änderungen hier, damit wir wieder was lagern können. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann steigen wir endlich hinab in die Salzminen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, ihr habt noch nach wie vor Spaß dran. Also dann, bis morgen in alter Frische und neuem Mut in der Salzminen. Dahin. Tschüssikowski und bye bye. Tschüssikowski und bye bye. Tschüssikowski und bye bye. Tschüssikowski und bye bye. Tschüssikowski und bye bye.